Und herzlich willkommen bei Häkeln mit Woldusa. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr kleine Perlen prima mit in ein Häkelstück einhäkeln könnt. Ich habe hier schon mal ein Häkelstück vorbereitet. Das sind jetzt einfach ganz feste Maschen. Ich will euch das nur zeigen, wie ich das jetzt mache, dass ich hier Perlen mit einhäkel. Zunächst solltet ihr euch eine Häkelnadel besorgen. Ich verwende jetzt hier noch eine 0,75 mm Häkelnadel. Die ist hier vorne sehr dünn und das gibt euch wirklich die Möglichkeit, auch hier wirklich sehr kleine Perlen damit aufzufädeln. Also die Häkelnadel sollte immer hier durch diese Perlenöffnung, hier durch dieses Loch halt durchpassen. Wenn ihr dann an eurem Punkt, an eurem Häkelstück angekommen seid, wo ihr jetzt eine Perle einhäkeln wollt, zieht ihr die Schlaufe etwas schon ein bisschen länger halt, macht eure aktuelle Häkelnadel raus. In diesem Fall sind das jetzt eine 2 mm Häkelnadel, mit der ich dieses Häkelstück gehäkelt habe. Nun hole ich mir die Perle, diese dünne Häkelnadel und fädel die hier so auf die Nadel auf. Wir gehen hier in die Schlaufe und ziehen jetzt einfach diese Perle über diese Schlaufe drüber. Wenn das dann geschafft ist, geht ihr wieder mit eurer Häkelnadel hier rein. Ihr könnt jetzt noch einmal hier eine Kettmasche ziehen und dann einfach ganz gewohnt weiterhäkeln. So und dann wie ihr seht, habt ihr dann hier perfekt schon eine Perle mit eingehäkelt. Ich zeige euch mal gerade, wie wir dann hier zurückhäkeln. So, dann gehen wir einfach hier rein, an der Perle hier vorbei, ja, seht ihr das? Einmal so hinten dran, hinter der Perle, einfach dann die feste Maschen zum Beispiel weiterhäkeln. So, und dann schaut das Ganze so aus, habt ihr perfekt die Perle drin. Die andere Möglichkeit halt auch wie bei den Ostern-Eiern, wenn ihr hier so eine Luftmaschenkette habt, macht ihr genau das gleiche Prinzip. Ihr macht eure derzeitige Häkelnadel kurz raus, holt euch einfach eine Perle, ich hole jetzt mal eine bisschen dickere, so, Einfädeln in die Häkelnadel hier durch diese Arbeitsschlaufe, das Ganze einmal drüber ziehen, aktuelle Nadel wieder rein und einfach, ja, ganz gewohnt weiterhäkeln. So habt ihr ruckzuck kleine Perlen mit eingehäkelt. Könnt ihr wirklich prima kleine Sachen verschönern damit, zum Beispiel halt jetzt die Ostereier und sowas, ne? Ja, ich hoffe das Video konnte euch weiterhelfen.